Yo, ho, 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 you bitches. I'm back in Spandau. Was geht hier auf Channel Hop? Wow, wow, wow. Oh, Adi, oh, Adi, oh, Obama, Obama. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz... Also, anyway... What the fuck? Yo, ho, 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 ho. Hört man mich? Gut. Wie geht es? Wir hauen jetzt hier so einen Stein hin. Und die Axt verschwindet halt so im Baum. Schlitz. Wie sie so... Schlitz. Und mir ist kalt. Und... Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Runde, Runde. Dark Souls 3. Hi! Anderthalb Wochen ist es her. Und wir sind wieder da. Down! Oh! Was willst du tun? Oh! Was willst du tun? Was ist das? Hallo, Motherfucker! Verfickte Scheiße! Treffer? Für Ehre! Ist das etwa Freund? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das ein freundlicher NPC war. Junge! Der sah aus, als ob der aus der Gasse aus Neukölln kam. Richtig aus den Gullideckeln emporgestiegen. Okay. Oh mein fucking Gott! Ach du Scheiße! Stellt euch vor, jemand guckt das gerade beim Einschlafen. Ich bin wieder doppelt gejumpscared, ey. Alter Junge! Dann morgen! Weil das ist ja auch immer so schaufelbar. Man brauchst ja kaum kauen. Also auch als Gamer wirklich mit wenig Zeit. Ich bin auch besser geworden beim Schocken. Ich habe Elden Ring, ähm, Dank Löwenanteil durchspielen können auf, äh, 400% Schwierigkeitsgrad. Ich atme tiefer. Ah, das soll gesund sein. Ich brauch keinen Schlaf mehr. Ich furz mehr. Ich hab plötzlich 6 Millionen Euro überwiesen bekommen. Du auch? Mhm. Ah. Oh, ich ess kein Gemüse. Ich, du bist so lost. Mann! Ey, Bastard ist keine moderne Beleidigung, weil heutzutage ist uneheliches Kind. Voll in Ordnung. Hallo, liebe Sprite. Hallo, Cola. Wollen wir Kinder machen? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Schöne Eisentübel. Voll gegen mein Gesicht. Gegen... Flopfen. Au. Okay, wenn das Item ne rostige Münze ist, kack ich... From Software ins Office. Na gut, hilft nichts. Wollen die ihr Office? From Software Office. Da ist die Adresse. Super. Hallo Kids, willkommen zum Japan-Reise-Vlog. Möchten Sie der Jung da draußen irgendwas sagen? Digga, wala Film heute. Saß mit Kartell am Tisch. Jo, ich witz. Nachdem wir dann fertig waren, haben wir uns auf den Weg gemacht zu Bandai Namco, die uns eingeladen haben, da ein bisschen From Software ins Office zu kackeln. Let's fucking go. Ich hab das Gefühl irgendwie, dass hier vielleicht ein sehr, sehr krasser Boss wartet. Digga, okay. Cutscene. Böses Omen. OI! Ich mach kaum Damage an ihn. Durch die Beine, ja. Oh mein Gott, Zwiebelritter macht insane Damage. Alter, Sigmund klotzt ja übel rein! Daneben. Und Blasted nehm' ich. Hat mich gegrabt. Scheiße. Fickt mich. Und weg. Ciao. Ich komm' nicht raus. Moin Leute. Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Subs. K.A.D.Tiger. Das Tool zeigt sich nicht an, ja. Ich versuch's zu fixen. Wer von euch isset? Schreibt mal kurz in den Chat. Du dumme Sau! Ich hab's gewusst! Aaaaaah! Tief durchatmen. Jetzt ist wieder das wichtigste. Schnell analysieren und adaptieren. Nicht runterschubsen. Fick mein Arschloch. Schau, du Loser, Junge! Weg mit euch! Und das komische Gezücht kann jetzt auch mal verschwinden in der Versenkel. Hey, hör auf mit kacke Kügelchen zu werfen! Ach du Scheiße. Maaaann! Ist der nervig! Und wieder hier. Und getroffen. Na ja, das passiert im Essen. Ich kann das. Alter, Speimer, bitte. Die Bauern haben gut zu essen, Zaya. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Holy shit! Alles ist in dichtem Nebel gehüllt. Jetzt nur er? Ah shit. Fuck. Ne, der war's gar nicht. Na. Oh. Das könnte uns nicht... Beim nächsten Stream werde ich dann versuchen, diesen Fickboss mit Helm und, äh... Mit Helm und Eiswürfel zu legen. Bruder, ich bin gut durch. Äh, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn mehr. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh ja, diese Moves. Ich bin gekommen. Tschüss. Tschüss.